ARD Text im Auftrag von Funk Napstablock Move, Bitch! I'm fine, thanks. Ja. Nicht mehr lang. Schaut mal einhändig. Ja, kann ja nicht mehr machen. Stelbt aus hier! Hä? Dreck! Jetzt heult er wieder. Nein! Scheiss Rotzfahne! Nein, du kannst nicht mehr. Oh, der Mixer! Ja. Wieso?! Uh oh. Oh nein! Spider! Nein! Nein! 18G! Ja! Nein! Die lässt man sicher etwas ab. Das sind Spinnen im Ecken. Du musst sicher Geld abgeben, dann lässt du dir etwas dort nachher. Jetzt sehen wir die Gäber. Ich greife jetzt mal nicht an. Weil ich ein liebes Eich bin. Okay. Du wirst mehr, als du brauchst. Huh! Hm? Hm? Okay. Ich muss also Züge mitnehmen. Find ich nice. Du musst sicher das richtige Loch finden. Und da ist ein Hebel. Schau. Hey! Keine Herausforderung. Keine Herausforderung. Oder dann ist ein Junge am Boden. Oh! Ein Neuer! Ja! Ja! Ich starte schon immer in seiner Attacke drin. Er kann nicht mal ausweichen. Das ist eben so unfair. Scheisse! Der macht mich fertig. Aber ich kille ihn jetzt. Da muss ich rein. Ah, du bist ein Augebiste. Nein! Scheisse Pepperoni! Es soll da noch ein Schwanz auf mich fallen. Uh! Gibt es mich? Ich bin zu gut. Der! Ja! Easy! Easy peasy! Easy going! Easy coming! Easy coming! Komm! Die anderen gehen jetzt nicht rein. Wer weiß was da passiert. Was ist da? It's a switch! Press it! No! Zuerst lesen wir. Verstehe ich nicht. Also ich verstehe es schon. Sock, check me out. Look what I wrote. Ja! Nothing happens. It's a switch, press it. Yes! Nothing happens. Press it, ja. Nu passiert. Hörst du? Ja. Hä? Na, wo geht der? Ich gehe runter. Ja. Ah! Klickungszünder. Ja, was ist denn? Ja. Stacheln ab, ja. So. Blau, Grün, Rot. Grün. Blau, Grün, Rot. Da fehlt der Blau. So kann es ja mal der Rot sein. Oh, jetzt fahre ich wieder der Grüne. Oh. Ja! Stark, Mati! Lauf! Da ist wahrscheinlich die grosse Halle, denke ich mal. Das sieht ziemlich runterkommen. Oh, Messerchen. Toyknife, super. Spielzeugwaffe. So, gehen wir mal weiter hoch. Oh shit. Der Baum sieht böse aus. Und ich habe mich nicht geheilt. Ah, gut, sie heilt mich. Ich habe mich nicht geheilt. Ich habe mich nicht geheilt. Oh, sorry. Oh, sorry. Ich habe mich nicht geheilt. So. Yes. Ich erinnere mich voll an das Haus von Pokémon. Jaaa, mein Zimmer! Jaaa, mein Hut! Ich fand ein Slice of Ballerscotch-Cinema. Ah, das ist ein Kuchen. Geil, man kann Licht an und aus machen. Musik ist geil. Da pennt sicher sie. Was ist das? It's Torito's Diary, read it! Ja komm, wir sind jetzt mal böse und lesen es. You read the passage. Why did the skeleton want a friend? Because she was feeling bonly! Ahhhh! Jeder, der gut Englisch kann, checkt es wahrscheinlich. Knochen-Jokes, hm? Scandalös! Wow! Ah! Ah, das bucht aber, das sieht mir nicht so kür aus. Easy! Machen wir! Machen wir! Da steht sicher do not enter. Ich gehe trotzdem mehr. It's you! Ich weiss nicht wieso, aber jetzt ist alles so fröhlich-glücklich. Okay, wir haben geschlagen, aber... Du musst schauen. Alles ist jetzt so fröhlich-glücklich-ge Musik gewesen. Da, wo sich wie eine Mutter um mich kümmert. Und nachher musst du jetzt wirklich denken zu so... Ich weiss, wie in dieser Szene mit dem Spiegel passiert sicher irgendetwas. Wo nachher, wenn ich da so durchläufe, ist ein Monster oder so. Du musst schauen! Du musst schauen! Ich habe recht. Dort ist nichts. Ich habe jetzt ja die Hand. Ich gehe jetzt erst noch in andere Flügel vom Haus. Nein, da ist sie. Sonst rufen sie immer wieder 50 Mal an. Wo bist du? Wo bist du? Oh, keine Musik. Oh! Oh! Niemals! Woher weisst sie überhaupt, dass ich da runtergege? Jetzt hat sie mich gesehen, aber ich meine vorher. Vorher hat sie mich nicht gesehen. Scheisse! Video! Jetzt aufleveln. Haben Sie auf! Bis zum nächsten Mal.